Sehr geil. David, freu dich schon mal. Dein Auto wird voll sein mit den Dingern. Und vielleicht leben sie ja auch in deinem Wohnmobil. In deinem Wohnmobil. Was soll das heißen? Ich weiß, wo du stehst, wo du wohnst. Also, gehen wir los. Können wir machen mal so die Ärmel? Schön eingegangen. Du musst doch zwar so neue Klamotten machen. Ja, aber ein Pulli, eine lange Hose, eine kurze Hose und zwei oder drei D-Shirts. Wir haben alles fünfmal. Du musst AMG wohl mehr Autos verkaufen, dass wir uns die Teamklamotten leisten können. Die anderen Fahrer haben überhaupt nichts zum anziehen, ja? Deswegen haben wir jetzt hier eigene Klamotten. Ja, genau. Ich habe nicht mein Klamotten auf, also nächstes Mal mache ich es. Ja, ja. Ich habe alles über Präparation. Kommt ihr vom Biegen? Hm? Zu viel. Wie viel biegt ihr? Genug. Zu viel. So, einmal abputzen. Putzklappen sind hinten. Kannst du dir ruhig, kannst du machen. Ich muss gerade ganz dringend auf dem Trackwalk. Jetzt also. Der versteht sich in einem Viertel schon, bis das Auto sauber ist. Hi guys, and welcome to Spa. Nice to see you back again. As you can see, we are here at Turn 3 at the Rouge. Which is a very challenging corner, especially when it's damp, like now. But I hope it's going to be flat out in the dry. I've never been here in a GT3, so it's going to be interesting for me. Obviously, here it's very important to get a great exit for the long straight. To also get opportunities to overtake and also take the speed advantage you have through the corner as well down the main straight. And just to let you know guys, I don't know if you know it, but down here, only the left hand corner is called Rouge. And up the hill then is called Radion. So many people don't know that, but it's just a small fact of the corner here. Yeah, obviously here in Spa is a track where you can overtake quite well. If you have good exits from Rouge and also down to the bus stop chicane, if you have good speeds there, then it's easy to overtake. But obviously we have a lot of high speed corners around here where the Mercedes should be pretty decent. We hope so at least. So guys, we're in the last chicane here. Also a very important corner, especially for overtaking into the chicane. It's very important to have a good exit out of the last couple of corners in the back. To get a good straight line speed down here and also hang into the slipstream. And then try to attack here into the chicane, which is quite slow and also quite high risk for T-boning. Like also in Hockenheim for example. So yeah, the chicane here is amazing also. There's a small little bump here in the middle, which is not so nice, which I'm used to. But other than that, it's a great corner. And as well, here we have the main straight, which is going to be very important for the start. And hopefully this time we can see the starting lights. It's a payback, it's a payback, darling. It's a payback, darling. It's not here. It's a payback. It's a payback, darling. It's hot. Beim Regenrennen, für ein 1, erste Berührung, wo wusch kommt der Funkspruch, fährt komisch. Komplette Diagnose, Alter, wir sind Box 9. Auf drei Rennen, alle Jungen, Feierabend. Der Rennen, der war leider eine Woche feiern, ja. Es ist raining, man, es ist raining, man. Es ist der erste Qualifikation in der Reinkondition, also es wird interessant sein. Und ja, so, es wird Spaß, aber auch wirklich tricky hier in der Spa, es ist schwierig zu fahren. So, hoffe ich, meine Erfahrung wird jetzt helfen. Ich werde tragen. Ja, du kannst es tragen. Schaut cool aus. Wenn einer... Kriegt da einer abgefahren mit dem Ding? Genau. Hermann, komm her, wir testen den Nordländer. Ja, oh. Fertig. Gängster. Markus, bist du DJ? Ja. Der Mann am Mischer. Das sollte ich sein, ja. Heute Morgen lief schon Last Christmas, hast du gehört? Ja. 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 Das war der erste Tag in der Spa, der erste Rennstelle. Von der Leistung waren wir sehr glücklich, besonders bei der Qualifikation. Wir Qualifikationen für P3, P4 und P7, das war ein sehr guter Team-resultat. In der Reise waren wir ein bisschen unglücklich mit Luki. Heute wäre es eine Chance für ihn, für den Championship zu bekommen, aber er hatte eine Tire-Punktur, also wir haben uns leider nicht die Punkte verloren. Für Maxi war es ein sehr guter Result. Für P2 war es das beste der Saison. Die Leistungen der Fahrer waren auch da, in der Mixed-Conditionen. Im Endeffekt sind wir sehr glücklich mit der Leistung und wollen die Momentum für morgen tragen. Das Wetter ist nicht sicher, also schauen wir, was morgen passiert. Aber wir sind sicher, dass wir wieder auf dem Podium kämpfen können. Max, was das auch gemacht hat? Für Andi und David, mit Herzchen. Die werden ja alle halbwegs. Nein, nein, nein. Wir müssen ein Setup umbauen. Splitter 8. Was ist denn Splitter 8? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you! i Windward Buffet, da brauchen wir noch ein Lohr drauf, ja? Erstmal, ich möchte den gesamten Team für ein unglaubliches Wettbewerb über das Wettbewerb. Ich denke, wir hatten ein paar kleine Erdbewerbs und wir hatten eine gute Gelegenheit und all ich kann sagen, ist, dass ich wirklich, wirklich gefühlt es. Das ist wirklich ein Team, ein Teamwork, und jeder muss eine wichtige Rolle spielen, und ich freue mich wirklich, und freue mich, und ich wünsche dir die Team all die Besten für die letzten zwei Wochen des Wettbewerbs. Und ich freue mich, zu sehen, alle in Vegas. Und ich freue mich, zu sehen, alle in Vegas. Und ich freue mich, zu sehen, alle in Vegas. Ich freue mich, zu sehen, alle in Vegas. hard